Bitte eindrehen, 1, 2, ab! Start ist erfolgt, Start zum neunten Rennen, zum Feuerwerkpreis und Heide Prinzess hat hier den besten Antritt und gar nicht in die Gänge kommt Santa Barbara DC, die Stute springt hier an. 6, rot, 6. Das ist bereits Ausgangs des ersten Bogens, Heide Prinzess an der Spitze, Heide Prinzess führt, dahinter dann Diervinator in 2. Position, jetzt ein Fehler von Jan Friesier, Ausgangs des Bogens. Wer gibt's? 8, rot, 8. In den Tribünen Heide Prinzess weiterhin mit dem Kommando gegen Diervinator, dahinter dann Effendi, das sind die ersten drei, vierter ist Daily Mirror, dann folgt Volita Transer an fünfter Position, dahinter dann Wishful Memory und einige Länge zurück Famous Will. Klar, am Ende des Feldes die Ball. 1, blau, 1. Da genügte Daily Mirror nicht mehr in der Gange hat, wurde disqualifiziert, blau aus der Wertung genommen und Effendi verlässt jetzt in diesem Moment die Innenkanze, geht nach außen. Heide Prinzess immer noch vorn gegen Diervinator, aber außen rückt jetzt Effendi heran, ist jetzt bereits zweites Pferd, dann Volita Transer for Wishful Memory. Mitte des Parkplatz Bogens, immer noch Heide Prinzess an der Spitze, aber außen Effendi jetzt fast gleich auf, Heide Prinzess und Effendi an der Außenseite, dahinter dann Diervinator, das ist nach wie vor das Spitzentrio, vierte Position für Volita Transer, die bemüht jetzt den Rückstand etwas kürzer werden zu lassen, dahinter folgt dann Wishful Memory. Vom Ziel ab geht es auf die Schlussrunde, Heide Prinzess behauptet sich an der Spitze gegen Effendi, der nicht vorbeikam. Heide Prinzess innen Effendi an der Außenseite, dann Diervinator vor Volita Transer und Wishful Memory. Einige lingen zurück, dann Famous Will. Ausgangs des vorletzten Bogens, Heide Prinzess weiterhin mit der Führung. Effendi an der Außenseite übt hier noch keinen Druck aus, bleibt daneben. Heide Prinzess innen Effendi außen, dann Diervinator und Volita Transer, die jetzt merklich verkürzen konnte und sich jetzt nach außen orientiert. Auch Wishful Memory schaltet sich ein. Ende gegenüber Heide Prinzess Effendi. Heide Prinzess innen Effendi an der Außenseite, dahinter dann Volita Transer und innen Diervinator. Fünfter ist Wishful Memory. An der letzten Ecke immer noch Heide Prinzess vorn. Heide Prinzess Effendi und Volita Transer, dann Wishful Memory, die sich nach außen orientiert. Die Endgerade ist jetzt erreicht, Heide Prinzess führt, Effendi in der Mitte, ganz außen kommen. Wishful Memory mit Volita Transer, Volita Transer geht nach vorne, aber Wishful Memory kommt. Wishful Memory ganz an der Außenseite mit Volita Transer, Wishful Memory, Volita Transer, Kampf bis zur Linie, Kampf bis zur Linie. Und vielleicht reicht es für 2, Rot, 2. ...Memory, dann Effendi und vierter wird Diervinator.